Ich fahr mal ein Stück, okay? Problem ist, Rikki hat... Ja, ja, ja! Scheiße! Ich dreh extra nicht hoch, ne? Nein! Scheiße! Du hast viele Waffen... Wo soll das laufen? Ich bin der Ecke. Ich bin der Ecke. Ich bin der Ecke. Ich bin der Ecke. Das war's für heute. Du solltest Wasser mitnehmen. Hey ho, cool, dass du dir das Video bis zum Ende angesehen hast. Wir haben einen DayZ-Server aufgemacht und suchen Mitspieler. Schaut euch den Server an und urteilt selbst. Und in der Videobeschreibung steht der Discord-Server, auch der DayZ-Server. Also einfach Copy-Paste und viel Spaß durch. Euer Kenny. So, der Pin ist raus. Super.